Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen. Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren und den Salzschaum und das scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Strand sägen hört und das Schlupfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen wollen, nur mehr, nur mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020